was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute den ls 17 auf der fbg schwarzen punkte 98 sammelt mit marlis und tomt aus landein hallo schon grüßt euch so bin gespannt ob ich jetzt immer noch lex ab des todes oder ob es jetzt besser ist ich weiß es nicht aktuell ist sie sind sie weg was jetzt gemacht mit zerstörung gedroht das mikrofon ist halt manchmal mit dem pc ist das nicht das ist einfach diese irgendwas ist hier keine ahnung ich wäre es wahrscheinlich einfach deinstallieren und wer es neu installieren ich weiß nicht bei irgend so ein sohn irgend so ein ich weiß es nicht was es ist keine ahnung weil ich kann jemanden die kommentare reinschreiben ob die auch manche spieler mit solchen problem kämpfen ja weil das ist einfach belassen liegt ja nun nicht am server und es liegt ja auch nicht an der map weil wenn es dich jetzt kurz nee also an der map liegt es nicht und am server nicht weil wenn es dich jetzt kurz an orscht und nähe sicher wie sie und ich überhaupt keine problem aber router neu gestartet cash hat eingelöscht spiele spieldateien auch fehler überprüft bei steam also alles gemacht ist es kann auch irgend so eine irgendeine keine ahnung ich weiß ja nicht was da alles in diese spieldateien rein schreibt sein gekriegsel kraxel weiß ja das ist doch normal leute ehrlich ich mache jetzt zehn meter sprünge übers feld da leckt immer noch der frage ich auch sonst eine also hatte wir jetzt fertig ja er hat sich wieder eingelegt naja also da soll man dann nicht vielleicht was ab ich will wenigstens mal wissen was die leute schreiben deswegen leute also wie gesagt schreibt man die kommentare ob es einer weiß ich beste nicht diese ganze scheiße hier und installiert neu was weiß ich keine ahnung ich weiß meine key bindings wieder drauf und gut ist das gibt es ja gar nicht das ist nicht normal das ist wirklich normal ist normal ne junge 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 wo ist ein früsi 90 prozent links von mir noch mal besser stehen jetzt weiter fangen ja ja das wäre sehr nice mal und die pläne ecke klar noch praktisch mach mal ja was hast du vor uns gekauft dass du uns geschulden getreten hast ich hab nix gekauft auch mal hier an der shopping-kriege bist du bescheuert war ich mal auf dem server ganz klar kurz kurz vor runter gehen ah den spanner hingekauft da war ich da war ich nicht mal auf dem server alter da habe ich mir die spieldateien überprüft der sektor was verkauft hast ich habe nichts gekauft ich habe keinen cent ausgegeben das kann sein wir sind aber nicht im minus tom ne weil ich gerade eben nachdem wir im minus waren habe ich mal schnell mit der silage und rückwärts weiter pk d e a abgeliefert damit man wieder viel geld kriegt ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht das ist ein gefahr ich weiß es ist wie du darfst du mir nix auch das sieht muss nicht aus das macht mich auch sehr wütend und mich macht es umso mehr wütend dass mich ein spiel wieder ls wütend macht das macht mich ja noch viel wütender das ist das problem an der sache du hast den rocken hingefahren habe meine ich was den rocken hingefahren was ins lager das ist das lbg lager naja weil man hier oben auch die getreidewirtschaft haben da kannst du auch getreide einlagern ist von dir aus gesehen kürzer jetzt wo ist das lbg lager so getreidewirtschaft ist ja ist auch getreide lager sind die trennen voneinander ja da wissen wir quasi gar nicht was in dem anderen ist okay das ist crazy das ist sehr crazy verrückt so ich habe ja das gefühl das ist nur aus einem grund legt und zwar jedes mal wenn ich mich für sie annäher der ist verseucht oder irgend so was als ich mir das verseucht ist so bist du bist patient zero du bist schuld für die zombie apokalypse die klappe du wärst der erste den ich beißen würde ich bin ziemlich weit weg von dir vorher beißt du jemand anderen ich hab schon ich danke ab ja dann wie in der wechsel fährst du runter schafft den zweimal weg benutzt du eigentlich noch headset ton ja ja so ein großmembran oder sowas wisst ihr nicht maß und einsteigermodell oder also kein interesse wenn das jetzt hier so weiter geht dann könnte man sich mal so was mal anschauen ja gibt es ja schon ganz günstige einsteigermodelle na naja du kannst auch einfach fragen ja das tibon sc 440 zum beispiel ist ein großmembran mikrofon einsteiger absolutes einsteigermodell habe ich selber sehr lange benutzt vor allen dingen schön ist es ein reines usb mikrofon also du steckst usb hinten an und muss nicht noch ein mischpult dazwischen haben oder so und das kostet was kostet 60 euro für sie glaube nach 60 euro und 30 euro dazu aber den armen kaufst du nur einmal egal welches mikro dann irgendwann da passen ja alle dran ja weiß nicht also muss jetzt auch mal mein kundel über alles bleiben was was solche springt über hier oder was jetzt sechs bei dir gottseidank endlich steckt bei dem auch mal wo ich bin so froh dass ich jetzt nicht das ist was legt jetzt aber wir sind die lex fast weg jetzt sechs bei mir aber wieder ich hoffe einfach der virus ist auch ich hoffe der virus ist auf dich über gesprungen das wäre das wäre eine genugtuung alter das wäre cool der pink hoch auf 1000 endlich und knallrot endlich so tom jetzt ist natürlich die frage was das problem ist ich habe eine vermutung borne und wenn ich weiß was ich mache nachher diese teekanne die schmeiße ich weg die nehme ich und schmeißt sie weg nahe kompromisslos so ein wegwurf von teekanne habe ich an meinem ganzen leben noch nicht gilt sag mal was ist denn heute los das ist montag nach instagram video wie ich die kanne wegschmeiß aber volle pulle richtig das mache ich auch da war da die gleiche zu zerdonnern also tom bei dir leckt jetzt mal ohne scheiß 0 also nicht mal ansatzweise also nicht mal mini ruckler in der aufnahme aber das ist mal wenn du mal in der ecke bist du schon ewig nicht mehr gewesen bist das finde ich nicht gut das ist jetzt blöd dann habe ich auch keine ahnung was es liegt kann das sein wenn wir die dort einmal so tauschen in den herr schiebt und das ist ja irgendwie scheiße da kriegst du kraxel in die lok macht oder so oder was weiß ich die lok heute geschrieben oder kriegst du kraxel in die game datei oder was weiß nicht halt wo sich hier überall was der ganze für euch ist es ja noch mehr mit noch mehr maps wechseln märms mods alles ja und ich habe ja nur unser youtube projekt und unseren server sind zwei bestände die ich habe ja vor allen dingen sind ja auch noch dieselben karten der ganze fasching weiß ja es ist ja nicht mal so dass es jetzt so groß voneinander abweicht aber wir haben ja mein ding wir haben animals wir haben was haben wir noch alles forst online online es wird schon mal ein bisschen was denn wünschen wir immer jeden tag habe ich noch das modpack drin aber kann das sein dass da irgendwelche rückstände oder irgendwas ich habe kein wer absolut möglich vielleicht kann da jemand was rein schauen vielleicht hat auch jemand so erfahrung wie es doch im g da hat mich genau so ist alles möglich und warum soll es mal im spiel nicht mal so sein müssen es mal beobachten ob das wirklich auf den anderen aber bei hot online hat man das nicht oder aber jetzt geht es mit den letzten jahren ja bei mir ist jetzt auch fast weg bei mir ist jetzt fast gar nichts mehr aber ich sitze auch im dreschern und traue mich gar nicht meinen kopf zu drehen toten starre so was los das schöne ist wenn ich außen an sich fascher drecher so laut dass ich dich kaum höher ich bin hier bei die gefühle dass ich mich dabei fühle so ansatz so bin ich da also bahn zu ende war irgendwas hat immer was gesagt 85 prozent ein niederlittle bit of abfahrer du schimmelpilze so so aber auch schon näher so meine lieben freunde wir müssen die folge mal eine minute kürzer halten weil wir ein bisschen im zeitdruck sind und halt eben mit einigen problemen hier zu kämpfen hatten deswegen will ich dafür sind die geschichte erzählen ja es war einmal wir sehen uns zur nächsten folge wieder